hallo und herzlich willkommen ich stelle euch heute meine monatliche kreativstempel box vor und zwar die box für den monat juni für alle diejenigen die es noch nicht kennen es ist ein monatliches bastelpaket mehr dazu erfahrt ihr gleich auf meinem basteltisch ich stelle gleich um ich stelle mich noch kurz vor mein name ist birgit von kreativstempel ja und ich freue mich wenn ihr dran bleibt bis gleich hallo und herzlich willkommen ich bin birgit von kreativstempel und ich zeige euch heute die kreativstempel box für den monat juni ich möchte noch ganz kurz erklären für alle diejenigen die meine monatliche bastelbox noch nicht kennen und zwar habe ich im november 2019 die kreativstempel box in die welt gerufen sozusagen und zwar habe ich mir überlegt wie könnte ich für euch monatlich eine kleine bastel material box zukommen lassen und eine idee dazu mit einer bastelanleitung ja und so ist die kreativstempel box entstanden es ist also so dass ich mir jeden monat ein neues projekt einfallen dass wir manchmal sind es schöne faltkarten techniken auch mal stempel techniken dann haben wir aber auch schon kleine boxen und goodies gebastelt wir haben schon kleine mini alben gebastelt wir haben einen geburtstagskalender gebastelt und so weiter und so fort also jeden monat gibt es eine neue idee die stelle ich dann zusammen und mache ein entsprechendes material paket dafür dann erstelle ich ein video tutorial dass ihr dann auch bekommt und ihr bekommt auch eine bebilderte pdf anleitung so dass ihr also parallel mit beiden arbeiten könnte diese box gibt es jeden monat neu und die box kann man in drei verschiedenen varianten bestellen und zwar gibt es entweder die monatliche variante die drei monatliche variante oder die zwölf monatliche variante wenn ihr also sagt okay ich möchte das einmal kurz ausprobieren dann könnt ihr sagen ich lasse mir einmalig die box schicken für einen monat zum beispiel für den nächsten monat juli und da klickt ihr in der bestellmaske ich verlinke euch das hier unter dem video wo ihr direkt auf die bestellmaske kommt und dort könnt ihr dann einfach die monatliche variante anklicken hier sind auch schon die versandkosten enthalten und wie gesagt das was alles dabei ist sage ich euch gleich noch mal oder ihr sagt ich nehme gleich drei monate und nehmt dann also klickt dann quasi die drei monats variante an die kostet dann 37 50 auch hier sind alle versandkosten für alle drei monate enthalten also ihr bekommt dann immer um den 15 eines jeden monats herum diese box automatisch zugeschickt ihr müsst euch also um gar nichts kümmern das mache ich im hintergrund automatisch und wie gesagt ihr klickt einfach diese variante an oder ihr sagt ne ich mache das gerne und ja jeden monat eine idee das gefällt mir richtig gut es machen übrigens auch die meisten von euch dann nehmt ihr gleich die zwölf monats variante die kostet 140 euro ihr spart also gegenüber dem einzelkauf 10 euro auch hier sind für alle zwölf monate die versandkosten dabei und ja was ganz wichtig ist es handelt sich um kein abonnement sondern um eine laufzeit das bedeutet also ihr müsst nicht kündigen wenn ihr jetzt nach den zwölf monaten nicht mehr möchtet sondern es endet einfach automatisch nach dem zwölften paket gibt es dann eben kein weiteres also ihr müsst es nicht kündigen ja wie gesagt versendet wird immer so um den fünfzehnten eines jeden monats herum das läuft alles automatisch und ja was noch wichtig ist die pdf datei und auch das video tutorial sind nur für die käufer der kreativ stempel box bestimmt also bitte auf keinen fall weitergeben sondern dies nur exklusiv für euch und auch eine gewerbliche nutzung und eine weitergabe ist nicht erlaubt bei verstoß behalte ich mir da rechtliche schritte vor nur so viel noch zum rechtlichen es gilt auch die datenschutz grundverordnung das bedeutet also während der laufzeit dieser box speicher ich eure daten brauche ich ja um das versenden zu können und mit euch in kontakt treten zu können danach wird es automatisch dann gelöscht nach ende der laufzeit so was bekommt ihr alles ihr bekommt also natürlich die box jeden monat zugeschickt also ein passendes material paket ihr bekommt entsprechend für jeden monat immer ein video tutorial das ist nur exklusiv für euch das wird auf youtube nicht frei zugänglich sein sondern eben nur für die kreativ stempel box käufer ihr bekommt auch eine entsprechende pdf anleitung dazu und das alles bekommt ihr in unserer whatsapp gruppe das bedeutet ich füge euch eine whatsapp gruppe hinzu deswegen müsst ihr auch eure nummer dann mitteilen dass wir euch da hinzufügen können und dort bekommt ihr dann jeden monat regelmäßig die pdf anleitung und auch das video tutorial in dieser whatsapp gruppe habt ihr dann auch die möglichkeit fragen zu stellen euch auszutauschen wobei ihr natürlich auch mich regelmäßig kontaktieren könnt überhaupt gar kein problem alle kontaktdaten von mir bekommt ihr wir können telefonieren ihr könnt mir schreiben ich bin immer für fragen für euch da wir helfen uns auch immer gegenseitig wenn jemand fragen hat zum basteln und so weiter ihr könnt dort auch gerne eure gebastelten werke zeigen das ist ein toller netter austausch wir sind eine ganz nette truppe und es macht wirklich unglaublich viel spaß noch mal dankeschön an all die mädels die schon in der kreativ stempel box dabei sind es ist wirklich eine ganz ganz tolle truppe von bastel wütigen mädels und ja es macht wirklich unglaublich spaß ich bin so dankbar dass es euch gibt und ja ohne euch wäre das alles nicht möglich danke 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 in dieser gruppe bekommt ihr auch regelmäßig exklusive tipps und tricks und auch exklusive angebote die dies nur in dieser gruppe gibt rund ums basteln mit papier und stempel und das können mal techniken sein mal handhabungen wir machen teilweise auch sammelbestellungen für diverse bastel sachen die ihr sonst nicht bekommt also solche dinge einfach ja und beim kauf der jährlichen box und das ist nur bei der jährlichen box bekommt ihr automatisch eine geburtstagsüberraschung eine weihnachtsüberraschung und immer den jeweiligen aktuellen stempel ab katalog wenn es also einen neuen gibt es gibt ja immer drei im jahr einmal den jahreshauptkatalog einmal den frühen sommer einmal den herbst winter den habt ihr dann immer automatisch in eurer kreativ stempel box mit drinnen das ist wie gesagt beim zwölf monats kauf ja wie gesagt das bekommt ihr alles dafür und bestellen könnt ihr die box eben wie gesagt hier unter dem video jetzt zeige ich euch was im monat juni dabei war damit ihr mal eine vorstellung habt was wie denn das überhaupt aussieht was das dann dann überhaupt ist das zeige ich euch jetzt und zwar hatten wir jetzt im monat juni ein post it büchlein gebastelt so kann es aussehen mit dem entsprechenden material paket das ist also ein kleines post it büchlein und ihr bekommt also das komplette material das zeige ich euch gleich zugeschickt mit dem entsprechenden video tutorial und der pdf anleitung also das war unser monat juni zeige euch mal ganz kurz was wir vorher hatten wir hatten zum beispiel vorher auch schon dieses kleine büchlein das ist so eine kleine buchbox die hatten wir im monat davor also nur dass sie mal als vorstellung was hat wir haben davor ein geburtstagskalender gehabt ja und zwar das material paket sieht also so aus für dieses büchlein ihr bekommt das material für zwei so büchlein also ihr könnt zwei postet büchlein daraus basteln das bedeutet ihr bekommt einen bogen hoch jetzt was runter gefallen einen bogen in der farbe kirschblüte dann bekommt ihr zwei halbe bögen design papier die variieren natürlich vom design her weil ja in so einer packung unterschiedliche motive drin sind ihr bekommt auch zwei verschiedene motive damit ihr also auch zwei verschiedene büchlein euch basteln könnt ihr bekommt zwei stück von diesen haftnotiz glöcken ihr bekommt zwei selbstklebende klettverschlüsse ihr bekommt zwei schöne glitzernde steinchen dazu da kann die größe variieren und ihr bekommt schleifenband für diese zwei notiz für diese zwei postet büchlein das ist also das material paket und wie gesagt ihr könnt zwei büchlein draus basteln und ihr bekommt wie gesagt die pdf anleitung die bekommt ihr aber nicht ausgedruckt sondern die gibt es in der whatsapp gruppe und damit ihr nun mal sehen könnt ist es wirklich alles bebildert und genau beschrieben das sind jetzt hier vier seiten wo ihr dann auch wirklich zurecht kommt und ihr bekommt ja noch das video tutorial dazu da ist dann schritt für schritt erklärt da können wir dann gemeinsam mit mir diese postet büchlein basteln außerdem gibt es jeden monat ein proben paket von mir proben paket in anführungsstrichen und zwar bekommt ihr immer so ein tütlein dazu und da drinnen sind dann so ein paar kleine produkte von stampin up und zwar habe ich mir das überlegt weil im katalog sieht man ja die produkte oftmals nicht so gut deswegen stecke ich euch immer jeden monat so ein kleines probentütchen mit hinein hier habt ihr zum beispiel jetzt im monat juni zwei stückchen designpapiere von damit ihr mal das designpapier euch anschauen konnte wie das aussieht das ist hier der mondblüten sauber den gibt es zwar jetzt ab 3 juni nicht mehr zu bestellen aber als ich die box gefertigt hatte gab es das noch da war noch der katalog gültig das ist aus dem neuen jahreshauptkatalog ein quadratisches pergament zierdeckchen und hier habt ihr ein schleifenband das ist auch noch im jahreshauptkatalog in glitter knitter optik flüsterweiß und so ist jeden monat dann ein anderes probier muster paket tütchen von stampin up produkten dabei das ist immer unterschiedlich mal habe ich da kartensets drinnen auszüge aus einem kartenset mal sind es glitzersteine mal sind schleifenbänder mal designpapier also ganz unterschiedlich auf jeden fall sind da immer schöne gröbchen dann eben mit drinnen damit ihr die oder acetatschachteln oder was auch immer auf jeden fall ist es dazu da dass ihr die stampin up produkte einfach mal näher kennenlernen könnt ja und das ist das was ihr jetzt im monat juni in der kreativ stempel box eben drinnen habt ein material paket wie gesagt für zwei postet büchlein und die entsprechende anleitung dazu in video tutorial form und pdf anleitung und ein proben paket ja wenn ihr dazu noch fragen habt meldet euch gerne bei mir ich würde mich sehr freuen wenn ihr in unsere kreativ stempel box gruppe dazu kommt und monatlich mit uns zusammen bastelt es macht wirklich spaß wir sind eine ganz tolle truppe und wir würden euch uns sehr freuen wenn auch du mit dazu kommst wenn du noch fragen hast wenn du noch überlegt bitte melde dich ich bin gerne für dich da ja und wir freuen uns auf zuwachs also überlegt nicht lange schaut unter das video da findet ihr direkt gleich oben den link wo ihr die kreativ stempel box bestellen könnt entweder monatlich dreimonatlich oder zwölf monatlich manche machen es auch so die bestellen sich drei monate verlängern dann einfach nach drei monaten wieder das könnt ihr jederzeit machen überhaupt kein problem dazu schreibt ihr mir wieder eben über das formular und bestellt es einfach noch mal neu es gibt auch welche die das monatlich immer machen das bleibt völlig euch überlassen wie ihr das gerne möchtet ihr könnt auch zwischendrin mal pausieren ja das könnt ihr gerne machen wie gesagt wir freuen uns auf euch überlegt nicht lange klickt einfach drauf und schaut bei uns in der kreativ stempel box gruppe vorbei wir freuen uns jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne woche bleibt gesund bis bald eure birgit tschüss